Hi, diho, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Chili-Hot-Dog. Ja, ähm, ich wollte euch mit diesem, wie er schon am Namen sieht, Lester, the Unlikey, ähm, mal ein Let's Show zeigen, was, ja, Divi zu mir gesagt hat, ich soll's als Let's Play machen. Ich werde es definitiv nicht als Let's Play machen, aber das ist so Panne und das hatten wir aufgenommen und ich finde, das muss mal gezeigt werden, auf jeden Fall. Also, viel Spaß dabei, wie ihr mich seht und Divi mich auslacht. Hi, diho, meine lieben Freunde. Ja, ich bin's, der Chili-Hot-Dog. Und ich bin der Divi. Ja, man hört, glaube ich, meine Begeisterung. Man hört auch noch ganz andere Sachen im Hintergrund von diesem komischen Spiel, worauf ich nicht gerade wirklich die große Lust habe, aber wir haben gesagt, wir quälen uns. So, nur machen wir ein Let's Show draus. Oh, nein, das ist doch, das ist doch total Panne, ist das doch. Tut mir leid. Gott, guck dir das an. Guck dir das an. Der springt dagegen. Ich bin eine Ballerina. Oh mein Gott. Das war so ein, das kann man höchstens im besoffenen Zustand spielen. Tut mir leid, guck dir mal an, guck dir die Bekloppen an. Ich bin das Spiel einfach nur episch, tut mir leid. Du hast übrigens eine Lebensanzeige. Ja, ich weiß, die drei komischen Flaschen da oder was das sein soll, Excel halt. Wie der läuft. Oh, es läuft auch noch weg. Nein. Du kannst auch treten. Ach, du, die Schildkröte ist böse. Ich bin jetzt nicht gestorben. Solltest du vielleicht nicht raufspringen? Oh Gott. Oh mein. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist N für 100. Doch, du springst da runter, weil ich das will. Du musst gar nicht zittern. Oh nein. Und diese Hose. Oh nein. Was denn? Die Hose ist doch voll normal. Ja, so eine enge Hose. So eine enge Hose trägst du auch, ne? Klar. Komm mal her, hier. Komm her. Heutzutage tragen viele Kerle enge Hosen. Aber nein, ich habe nicht so eine enge Hose. Guck mal, du kriegst Leben dazu. Nö, krieg nicht. Du musst nur noch rausfinden, wie du es aufsammelst. Ich würde da nicht mehr rum... Täh. Probier einfach mal alle Tassen durch. Du bist eine Ballerina und springst. Wir sterben. Komm. Wir sterben. Du kriegst einen Keks von mir, weil du wenigstens das erste Level durchspielst. Nein. Oh.